Hallo, mein Name ist Ulrike Lünn. Ich komme aus Chemnitz, eine Stadt, die 2025 Europäische Kulturhauptstadt werden wird. Mithilfe des Bonifatius-Werks habe ich jetzt eine Projektstelle als Beauftragte der katholischen Kirche für die Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Ziel und Inhalt dieser Projektstelle wird es sein, gemeinsam mit anderen Religionsgemeinschaften, mit einer starken Ökumene, das Chemnitzer Kulturhauptstadt-Motto See the Unseen, also Sie das Ungesehene, in unserem christlichen Auftrag in die Welt zu tragen, gemeinsam durch Projekte umzusetzen, kreativ, innovativ und inspirierend die Welt und die Kirche, Stadt und Religion zusammenzuführen und ein gemeinsames Netzwerk zu bilden, das hoffentlich langfristig auch weit über 2025 hinaus Wirkung trägt.